Wissenschaftlich fundierte, langfristige Prognosen sind ein wichtiger Teil der strategischen Vermögensplan. Sie verschaffen einen Überblick und ermöglichen eine Optimierung Ihrer Vermögenswerte. Unsere Aufgabe ist es, Ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren. In Zeiten immer komplexer werdender Finanzsysteme ist es immanent wichtig, Ihre Vermögenswerte, persönliche Risikobereitschaft, Ihren Liquiditätsbedarf und Ihre Renditeziele genau zu analysieren und ein optimales Gesamtportfolio zu planen, das zu Ihnen und Ihren Zielen genau passt und auch zukünftigen Stürmen trotzt. Unsere Analyse beinhaltet einen Abgleich Ihrer bestehenden Vermögenswerte zu Ihren Zielsetzungen und verdeutlicht Ihnen das identifizierte Optimierungspotenzial. Mit einem optimalen Portfolio sehen nicht nur die Renditen besser aus, es lassen sich auch große Gefahren umsegeln, denn es kommt auf eine breite und sinnvolle Vermögenstreuung an. Die Gewichtung der Anlageklassen ist maßgeblich für den dauerhaften Erfolg verantwortlich. Bei der Planung greifen wir auf wissenschaftliche Modelle zurück, die bis zu 50 Jahre in die Vergangenheit reichen. Wie hätte Ihr Vermögen die Krisen der letzten Jahrzehnte gemeistert? Was wären die größten Verluste oder aber die höchsten Renditen gewesen? Mit Hilfe komplexer historischer Daten lassen sich sehr genau Aussagen über die Entwicklungsmöglichkeiten der bestehenden Vermögensstruktur sowie Ihres optimierten Modellportfolios tätigen. Unsere Analyse beinhaltet individuelle Handlungsempfehlungen für eine optimierte Vermögensstruktur sowie eine langfristige Prognose über die zu erwartende Rendite und eine Quantifizierung des Risikos. Wir nennen das strategische Vermögensklamour. Sämtliche Einzelschritte von der Vermögensbilanz über Stress-Testergebnisse bis hin zum optimierten Portfolio dokumentieren wir für Sie in einem anschaulichen Resümee. Die Handhabung privater Vermögen wird immer komplexer und damit auch die Vermögensplanung. Unser systematischer Analyseprozess bietet Ihnen ein professionelles Vermögenskonzept. Interessiert? Dann kommen auch Sie zu uns und testen unsere hochwertige Vermögensanalyse. Ihr Vermögen in den besten Händen wissen. Private Banking der Volksbank Pforzheim Kapol critika Die Handhabung Kapol stereo Kapol das Kapol